Hallo Leute, hier ist wieder euer Waldemar. Heute mal was ganz Besonderem. Diese Maschine gibt es ganz wenig. Und zwar ist es eine Fugen- und Zickzackverleihmaschine. Für Starkfurniere, Dünnfurniere. Ich kann mit dieser Maschine dünn und Starkfurniere bekleben. Komplett überholt. Es ist eine FWL. Komplett überholt. Haben wir viel reingesteckt. Tatloser Zustand. Und passt mal auf, was jetzt kommt. Hier, ein Muster. Sauber zusammengefügt. Starkfurniere. Optimal. Also was ganz selten ist, bekommt man nur bei uns. Und zwar unter dieser Nummer. www.grupp.de. Zuschlagen ist nicht mehr lange da. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017